Warum soll man Sie wählen? Ich gebe Ihnen dafür 30 Sekunden Zeit. Sie können direkt in die Kamera, zu uns dann zuschauen, argumentieren, was das Besondere an Ihrer Partei ist. Das ist ganz einfach. Es gibt in Österreich nicht viele Möglichkeiten für einen politischen Neubeginn. Die alten Parteien haben versagt, SPÖ und ÖVP werden sich gegenseitig weiter behindern und wir brauchen etwas Neues vom sozialen Zusammenhalt bis zur Verteidigung unserer Freiheiten, unserer Heimat Österreich. Wir sind die neue politische Kraft, wir probieren es, wir haben ganz tolle Leute jetzt um uns versammelt und wir werden es schaffen. Da bin ich mir sicher. Vielen Dank.